hallo und willkommen zurück zu einer neuen staffel von prison architekt ja das jungle pack dlc ist raus damit auch ein jailhaus update ja was gibt es denn da toll ist das gibt neuen hund untätige wachen werden jetzt besser verteilt das finde ich super wäre super denn normalerweise gammeln die im lieferbereich rum wo sie total unnütz sind und materialien für schnell bauten wird das zuletzt gewählte material gewählt der einsatzplaner wurde verbessert na das können uns doch denn alles gleich mal anschauen ich würde sagen wir starten ein neues gefängnis und da gibt es auch jede menge zu sehen wir haben jetzt hier schön die ganzen dlc ist hier links und rechts aufgelistet ja ein paar habe ich nicht noch nicht gekauft das future pack als kommen aber auch gerade werden die packs einfach nur so rausgeschmissen naja schauen wir mal also wir haben wir uniform auswahl da habe ich ja nichts da kann ich bloß die klassische wählen reicht mir aber auch ich nehme die frauen es wurde nämlich gewählt dass wir einen frauenknast machen und es wurde auch gewählt dass wir die todesstrafe einführen ja mal sehen ich habe noch keine staffel mit todesstrafe gehabt von dem her schauen wir uns das mal an dann können wir uns ein direktor wählen ich würde sagen wir machen den einfach mal zufällig denn es gibt ja so viele inzwischen wir wählen einfach ein zufälligen und schauen mal wer unser direktor wird bei den hunden haben wir auch jede menge neue hunde auch hier tobi das ist ein neuer hund so ein bisschen klein der tobi ist so ein ganz kleiner hund aber wir nehmen ja einfach alle hunde und dann werden die zufällig ausgewählt finde ich auch ganz toll machen wir zufällig die weltgröße ja die machen wir klein würde ich sagen fangen wir erstmal mit einem klein an das kapital lassen wir bei standard bauland typ lassen wir bei standard wetter und intensität spiel können diverse wetter muster auftreten je nach gewünschten intensität können sie zwischen hoch mittel und niedrig auswählen wenn sie einfach nur wetter erleben wollen wählen sie standard dann machen wir doch standard so startzeit ist frühling das finde ich gut das ist vor dem sommer dann haben wir noch ein bisschen zeit banden ja wir stellen diesmal alles ein was wir haben dynamische ruf variation machen wir mal niedrig das ist da können die ganz tolle krasse gefangene werden dann nebel des krieges ja das ist eine gute frage zur übersicht für euch ist es immer netter das auch zu sehen was da passiert niederlagebedingungen wälder werden wir erzeugen sehen werden wir nicht erzeugen gebäude können wir auch erzeugen es schadet mal nicht sag ich mal der direktor modus ne den werde ich nicht machen weil wenn der umgebracht wird und das spiel vorbei das wollen wir nicht wir können ereignisse im spiel anschalten wir können temperaturen anschalten wir können personalbedürfnisse anschalten wir können weitere fluchtpläne anschalten bürokratie tools machen wir nicht dann speichern wir das erstmal hier nachher speichern wir gleich mal gucken was passiert so scheint gespeichert zu sein hat zwar keine rückmeldung gegeben aber ist eigentlich okay dann schauen wir noch in die dlc einstellungen baulandtyp wie gesagt standard dynamische rufwahl zu niedrig erweiterung wird dann ein gefängnis links rechts oben unten erweitert wird ein bisschen größer am anfang machen wir aber erst mal nicht da waren noch physisch kranke häftlinge psychisch kranke häftlinge entschuldigung nicht physisch psychisch kranke häftlinge habe ich gar keine umfrage zu gemacht nehmen wir auch mal ein los lasst uns alles mit reinnehmen überführung freigegeben genau da können wir die trakte anpassen das machen wir natürlich auch dann gucken wir noch ganz hoch wir sind nämlich irgendwie ganz unten gelandet und die alterung der häftlinge finde ich super wir lassen unsere häftlinge auch altern dann haben wir alles eingeschaltet diesmal was es zum einschalten gibt also was sinnvoll ist auf jeden fall mal wir machen das ganze noch mal speichern hier noch einmal also ein kleines gefängnis kapital 30.000 baulandtyp standard wetter haben wir also müssen wir auch heizungen bauen so dann wäre noch die frage nach mods schauen wir noch einmal zurück gehen hier in die extras hinein und schauen mal an was wir an mods haben da aber den dock händler taser den finde ich immer noch ganz gut klirn jetzt eigens ja mal gucken snitch sorter da werden die gleich zugewiesen da muss ich die nicht irgendwie planlos zuweisen elektrische radiatoren finde ich eigentlich super wir können es mal rein nehmen wir können es mal auf jeden fall an machen es ist zwar schon ziemlich alt und ich hoffe es kompatibel mit dem mit dem prisen architekt dann haben wir betta klock können wir das ganze ein bisschen schneller machen ich würde sagen wir lassen das erstmal so wie es ist übernehmen das ganze mal und schauen mal dann was passiert so wir gehen wieder ein neues gefängnis erstellen und es hat nichts gespeichert wie schön ist das denn das hat schon mal gar nicht funktioniert gut dann gehen wir hier noch mal überein wir wollen frauen haben wir wollen banden haben dynamische beruf variation standard 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 dann wollen wir wälder wir wollen auch ein paar gebäude wir wollen auch ereignisse wir wollen auch temperaturen wir wollen auch die personalbedürfnisse fluchtpläne alles andere wollen wir nicht dann gehen wir hier noch mal rein hier wollen wir nicht die erweiterungen auf jeden fall sollen die älter werden psychisch kranke ja machen wir auch und gefangenen transfer auch so nicht das jetzt so da hätte ich wahrscheinlich vielleicht laden müssen oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht okay also wiedergabe ist in dem fall das gefängnis zu erstellen ja dann legen wir mal los mit unserem neuen frauengefängnis da ist unser neues frauengefängnis schauen wir uns erstmal die karte an die sind wirklich nicht groß hier sind unsere bauarbeiter schon auf dem weg es ist duschzeit was machen wir immer als erstes wir schauen uns erst mal das jan und genau was wir brauchen psychische kranke häftlinge alles klar sehr schön und die geschäftsleitung den brief lesen wir auch gleich und den ersten zuschuss annehmen ja das können wir gleich mal uns anschauen das ist noch alles gesperrt wir sperren aber als erstes natürlich die häftlings einlieferung wir schon mal hier und was wir transfer ok das sind unsere transfers das sind unsere einlieferungen wir schließen erstmal unser gefängnis dass da keiner ankommt so lange wir nicht irgendetwas aufgebaut haben da haben unsere besserung alles klar desto höher stehen die chancen dass sich häftlinge bessern die beste weg zum rückfallquote zu senken liegt in der erhöhung der häftlingsgrade die auf gesundheit den abschluss von besserungsprogrammen den gesammelten arbeitserfahren und ähnlichen punkten basiert weitere infos finden sie unten das sind weitere infos ok schach und garantieren die durchsetzung der rechtsstaatlichkeit innerhalb des gefängnisses ok also umso höher oder desto höher stehen die chancen dass sich die häftlinge bessern ach so aha ja aber hier ist doch minus naja gut wie auch immer rückfallquote aha ok alles klar keine häftlinge gefunden ja da haben wir auch noch keine so wir haben das gefängnis geschlossen was wir brauchen wir haben unseren müllraum unser lieferungsraum wie immer mitten auf dem gehweg auch die lämpchen sind mitten auf dem gehweg was mir natürlich immer zuerst machen ist das licht hier ausschalten und einen wunderschönen um das gefängnis bauen und da lassen wir einen hier auch frei oder lasse ich hier diesmal kein frei so das heißt wir bauen erstmal das ganze gefängnis einen zaun so dann dürfen nämlich die gleich ankommen und dürfen hier gleich lustig anfangen ein zaun zu bauen das ist unser erste amtshandlung und dann schauen wir nach dem müllraum und zwar hier unter räume da haben wir einen leeren raum hier haben wir unseren müllraum müllraum muss auch gar nicht so groß sein da machen wir erstmal das hier weg machen wir mal so wird das hier unser müllraum was eigentlich kein raum ist eher ein müllplatz dann bauen wir noch eine lieferungsraum haben wir lieferungsraum bauen wir aber ein bisschen größer kurze pause rein muss ich mir schon ich hätte schon gern irgendwie hier in der mitte den eingang so eine mache ich jetzt mal 8 auf 8 so dann weiß ich glaub diesen zaun hier weiß ich wieder ab den zaun reißen wir wieder ab wenn der abreißen genau also dass die reißen wir ab wenn er noch ein bisschen her erst einmal wir wollen nämlich schauen wir können mal hier ins planungstool schauen und uns die wände da sind seine hier das planungstool nehmen da hätte man nämlich von hier bis hier hoch so hätten wir 78 die hälfte von 78 ist 35 236 circa circa natürlich so zack bisher also hier ungefähr wäre die mitte also da hätte ich ja eigentlich hier ne 36 schaue ich mal nach oben wie man da noch haben dann nur so ungefähr 36 stimmt ja gar nicht ich mich glatt was habe ich denn jetzt hier ausgerechnet ganz schnell im kopf ah nee ok stimmt gar nicht 78 30 bloß 35 bloß 4 sind 39 69 39 mensch leute helft mir doch mal ein bisschen jetzt ok also 39 so wäre es richtig sozusagen von hier nach da müsste dann auch 39 sein also das hier wäre sozusagen exakt immer die mitte und dann machen wir hier und hier sozusagen hier machen wir so einen weg hinein jetzt schon mal das ganze noch mal nicht dass ich da wieder da muss ich mich glatt entschuldigen für mein wenn man ist für meine schwäche der zahlen hier so dass wäre exakt die mitte das heißt hier machen wir den eingang hin das heißt die lieferzone hier können wir auch zwei teilen im prinzip also im prinzip eigentlich egal also wir machen jetzt hier als allererstes wollen wir hier natürlich boden haben betonplatten das ist eine schnelle gg geschwindigkeit so die machen wir jetzt einfach mal hier durch bis ganz nach hinten dann haben die auf jeden fall schon mal genug zu tun so zack 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 da kommt er denn noch später sowieso einen ein doppel zahlen hin also es kommt jetzt gleich noch ein zahlen ein doppel zahlen hin wir bauen jetzt aber hier erstmal den zauern noch mal hier fertig und hier fertig und hier runter fertig das was wir abgerissen haben und dann schauen wir mal den lieferungsraum wo wir denn hin machen weil ich will ja auch immer hier zu machen das heißt der würde jetzt hier stehen aber das steht hier nur weil der lieferungsraum genau da ist dass wir werden hier den die räume den raum noch mal ändern hier werden hier den lieferungsraum entfernen und den vielleicht dann doch hier hin machen 88 und den müllraum den werde ich jetzt einfach auf die andere seite machen da kommt da immer den werde ich jetzt einfach mal hier hin machen und hier diesen müllraum hier unten entfernen genau ich jetzt hier entfernen und dann schauen wir dass wir da nämlich auch noch einen zaun hin bauen dass wir hier nach einem eingangsbereich haben jetzt ist ein stück runter gefahren jetzt könnte ich schon wenn hier der eingang zum beispiel ist okay schauen wir mal bauen wir da hinten noch einen zaun wenn ich jetzt hier ein tor machen würde das würde eigentlich gehen noch mal hier ist mal ein zaun hin bis hier her so leicht so dann entfernen wir mal die planung das ist wieder ein bisschen schicker aussieht so den haben nämlich jetzt den müllraum und dann wollen wir natürlich auch noch ein export raum haben das wäre der lagerraum den können wir noch woanders hin basteln erst mal ein export da haben wir den export raum da kommen dann so sachen wie bäume und so weiter werden da exportiert das jetzt mal jetzt direkt einfach mal hier hin das wird jetzt einfach mal so groß da haben wir ein bisschen ein bisschen viel platz das ist okay dann machen wir den export so und den müllraum so dann haben wir an jeder seite noch ein bisschen platz so jetzt geht es darum dass wir den inneren circle machen also inneren kreis den inneren bereich und ich habe immer gesagt ich weiß es nicht mehr genau 12 oder 15 wir machen aber immer jeweils 15 das ist auf jeden fall in sicher also ein abstand von hier nach da 15 sozusagen ja so das ist ja das planungstool das macht nichts einmal hier ein bisschen um basteln wo man hier zum beispiel 15 und dann muss natürlich auch von hier nach da jetzt habe ich eins verpasst muss es 14 in dem fall sein weil das ist ja und dazu also 15 15 15 genau das bedeutet hier würden wir jetzt den zaun hin bauen und das ganze bräuchten wir natürlich hier oben auch wenn man denn eigentlich von hier aus machen immer 15 runter das ist halt schon ziemlich ziemlich weit gefasst aber wir können da ja auch immer noch schöne dinge hin basteln so genau so jetzt wollen wir nämlich noch mal einen zaun bauen und der zaun muss hier so anfangen bis sozusagen hier wie wenn ich alles richtig gemacht habe so das hier drin wäre jetzt unser gefängnis jetzt ist das natürlich ziemlich eingeengt das ganze gefängnis wir können das ganze eingeengt von dem her dass wir ein bisschen wenig platz am anfang haben was aber nichts nicht so schlimm ist denn wir können ja wir werden auf jeden fall erweitern wir werden ja jetzt erst mal ein kleines gefängnis hier aufbauen machen wir hier die planung wieder weg dass man das auch nachher alles schön sehen und dann brauchen wir natürlich noch eine tür also wir brauchen erst mal eine tür eine doppelte gefängnistür am besten für doppelte bitte orange was haben wir hier nie hier mal doppelt 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 große genau das werden ja die großen das ist eine weiße das ist eine normale das ist eine große normale ok so dann wollen wir zum beispiel hier eine rein und hier eine rein dass wir hier auch wieder raus kommen rein und raus kommen in unseren kleinen gefängnisbereich und dann brauchen wir noch ein straßentor jetzt weiß ich gar nicht mehr ich glaube straßentor war hier nicht straßentor ist das hier genau das brauche ich das würde ich denn in dem fall hier bauen und hier einzeln bauen so jetzt sehe ich dass er hier schon halb rein fährt das heißt er müsste entweder das tor hier hin oder wir bauen das tor hier oben hin dass es auch wieder zugeht das ist nämlich ein echtes problem wenn die lkw ist da drin stehen also es müsste dann hier fast stehen oder denke ich mir müsste ich nämlich den bereich erweitern das macht aber auch nicht so können wir später den turm hinstellen dass die leute da nicht abdampfen können ist eigentlich eine sehr gute idee dann machen wir in dem fall hier erstmal eine erweiterung des zauns so und werden das da drin noch einmal abreißen habe ich das jetzt abgerissen ja ich denke habe ich abgerissen dann haben wir das nämlich auch schon so dann brauchen wir büros minimum fünf stück die können wir ja in diesem bereich wie immer bauen das werden wir dann gleich angehen und zwar haben wir jetzt ja schnelles bauen eine ganz tolle eine ganz tolle sache die haben die rezeption die brauchen wir auch noch denn nachher aber jetzt bauen wir erst einmal unsere büros so da haben wir betonwand was wollen wir ziegelwand betonwand gitterwand weiße wand gefließte wand wand rostig ich muss ich ja gerade mal gucken was ist denn eine gefließte band das ist die ziegelwand das sind eigentlich die zwei standards die schon immer drin waren dann haben wir hier eine gefließte wand aber das ist ja eher für psychisch also machen wir mal die büros und so weiter machen wir doch aus nicht aus ziegel sondern gepolstert auch nicht jetzt müssen wir erstmal hier alles hier wand weiß altholzflaschen der ziegelwand wir wollen einfach nur eine ziegelwand das ganze drehen wir so jetzt können wir entweder platz lassen oder wir bauen das so hin das machen wir auch so einfach hin da muss 1 und 2 und 3 4 und 5 5 büros dann brauchen wir natürlich dahin einen weg wieder betonplatten wunderschöne betonplatten aber mal wie machen wir den weg entlang wahrscheinlich hier oder ja würde ich auch sagen dass man hier an der seite den weg lang machen so nochmal hier haben wir das so 1 hier runter 1 hier runter 1 hier runter dann sieht es doch relativ anständig aus vorerst mal wenn das dann irgendwann gebaut wird betonplatten genau wollen wir nicht das haben ich will ja eigentlich bloß erstmal ein weg wieso denn da da will ich den weg zur tür natürlich so jetzt geht hier nämlich das tor auf okay das ist okay der erwartet da der müsste hier theoretisch das tor zu gehen ich hoffe das klappt werden wir dann später sehen wahrscheinlich in der nächsten folge was haben wir jetzt wir haben unseren ringsrum zauern wir bauen hier einen schönen weg da können wir mal schauen ob wir hier ist jetzt aber das alles habe ich das alles weg gemacht ja das passiert immer wenn das alles ein weg ist okay dass wir da nicht zu viel verbauen machen wir das jetzt einfach von hier also besser gesagt hier so einmal bis hier her und einmal runter genau das ist unser weg das wird unser weg und hier machen wir das lassen wir erst mal so stehen wie es ist genau hier unten bauen wir unsere ersten büros hier bauen wir noch gar nichts wir haben aber erst mal unser gefängnis links rum und dann schauen wir uns beim nächsten mal die weiteren schritte an ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns das nächste mal und tschüss